Hallo Leute und Willkommen zu meinem ersten Let's Play. Heute spielen wir Rainbow Six Siege. Oh nein, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Starte das Spiel! Mit dabei ist der Dennis und der Krill. Nein, hören wir auf jetzt mit dem Scheiß. Das macht mir Angst. Und er nennt mich behindert und er nennt mich behindert. Ey, du bist auch behindert. Junge! Oh lol, Dennis geht einfach rein. Das kann nicht wahr sein. Von wo? Der hat 40 HP. Hä, wieso Truppe verlassen? Ist rausgegangen, ja. Hä, wieso wurde ich rausgekickt? Wenn? Ich bin wieder da. Ich hab Obama gefixen. Was? Ich hab fast gestorben. Ja, 100 HP, fast gestorben. Ja, der hat mir nen Headhaut gegeben. Bestimmt. Haben wir ihn getroffen? Fuck. Ich will überleben. Nein, Dennis. Nein, Dennis. Cloning kill. Cloning kill Dennis. Lass ihn los. Lass ihn los. Lass ihn los. Cloning kill Dennis. Los, raus aus dem Fenster. Bring mal raus Dennis. Dennis, raus aus dem Fenster. Hans ist im Klo. Guck mal mit dein Puls Ding. Guck mal mit dein Puls Ding. Guck mal mit dein Puls Ding. Ich werde zu den Herrn schlagen. Wissen du das? Fucking retard. Von jedem Mal in Witzzahl. Also Flachwitz. Ähm. Was ist gelb und schwimmt im, schwimmt im Wasser? Bagger. Ben. Opla. Büss. Buss.